Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bi-Gender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau, sehr geehrte Gender-Variable, sehr geehrte Gender-Queer, sehr geehrte Intersexuelle, sehr geehrte Weder-Noch-Geschlechter, sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Nicht-Binäre, sehr geehrte Pan-Gender und Pan-Geschlechtlichen, sehr geehrte Transmännliche und Transmänner, sehr geehrte Transweibliche und Transfrauen, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transmitstern, sehr geehrte Transstern-Weiblich und Transstern-Frauen, sehr geehrte Transstern-Männlich und Transstern-Männer, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transfeminine, sehr geehrte transsexuelle Personen, sehr geehrter Interstern-Weiblich und sehr geehrter Interstern-Männlich. Ich bin ja noch nicht mit der Begrüßung fertig, Herr Präsident, Entschuldigung. Sehr geehrte Interstern-Männer, sehr geehrte Interstern-Frauen, sehr geehrte Interstern-Menschen, sehr geehrte Intergender, sehr geehrte Intergeschlechtlich, sehr geehrte Zweigeschlechtlichen und sehr geehrte Zwitter, sehr geehrte Hermaphroditen, sehr geehrte Two-Spirit-Drittes-Geschlecht und sehr geehrtes Viertes-Geschlecht. Sehr geehrte XY-Frauen, sehr geehrte Transvestiten, sehr geehrter Cross-Gender, sehr geehrtes Nullgeschlecht und natürlich auch ganz herzlich die sehr geehrten sonstigen Geschlechter. Sehr geehrter unterstrich Nonnemacher, sehr geehrter unterstrich Bader und sehr geehrter unterstrich Muß. Die AfD-Fraktion lehnt ihren Antrag ab. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.